Für mich ist es so die ultimative Freiheit auf allen Ebenen, die man so ausleben kann. Zum einen kann ich arbeiten, von wo ich will, ich kann arbeiten, wann ich will und ich kann arbeiten, an was ich will. Man ist so richtig on fire und erlebt viel und verändert sich demnach auch sehr schnell. A, die Orte, die man sieht und B, die Leute, die man trifft und das bringt einen nicht nur persönlich, halt auch im Business weiter. Man bleibt halt nicht stehen und kommt nicht in diese Routine rein. Ich dachte, wie geil ist das denn, Alter, hier auf meinem Konto, 500 Euro, 600 Euro gerade reingegangen und wir sind hier immer noch am Reisen und das war so der Moment, wo es dann keinen Weg mehr zurück gab. Also ich wusste schon immer, dass mich das mega happy macht, frei zu sein.